Emily Sanday hatte kürzlich ihr Coming Out. Die Liebe zu einem so wunderbaren Menschen wie Joanna gab mir Kraft und Stärke, erzählt sie nun. Emily Sanday, 35, schwebt auf Wolke 7, Ende März machte die Sängerin ihre Liebe zu einer Frau öffentlich, ihrer Partnerin Joanna. Diese wahre Liebe, wie Sanday sie im Interview mit Spot on News beschreibt, führt man auch auf ihrem neuen Album, im Studio sind die Liebeslieder nur so herausgeflossen, sagt die 35-Jährige über den Longplayer Let's Say For Instance, der am 6. Mai erscheint. Punkt. Ihre Beziehung zu Joanna habe ihr ermöglicht, mich endlich selbst zu akzeptieren, erzählt die schottische Sängerin. Wie Emily Sanday das geschafft hat, verrät sie ebenfalls. Ende März haben sie die Liebe zu ihrer Partnerin Joanna öffentlich gemacht. Wie hat das ihr neues Album beeinflusst? Emily Sanday, verliebt sein macht das Leben schön. Dieses Album in diesem Zustand zu machen, ist definitiv in die Musik durchgesickert. Wenn man verliebt ist, möchte man es von den Dächern schreien, und im Studio sind die Liebeslieder nur so herausgeflossen. Auf Instagram haben sie geschrieben, dass ihnen mit der Bekanntgabe ihrer Partnerin eine große Last von den Schultern gefallen sei. Wie kam es dazu? Hatten sie Angst vor den Reaktionen? Sanday, Selbstakzeptanz ist der erste Schritt. Die mentale Befreiung von Selbsthass und Selbstverurteilung, die einem von der Gesellschaft oder der Religion auferlegt wurden, ist eine gewaltige Sache, die es zu überwinden gilt. Es kann ein Leben lang dauern, bis man sich selbst vollständig akzeptiert. Ich wusste nicht, wie die Menschen reagieren würden. Wir befinden uns in einem neuen Zeitalter der Akzeptanz. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Die Liebe zu einem so wunderbaren Menschen wie Joanna gab mir Kraft und Stärke. Diese Liebe ist das, was ich am meisten schätze, und ich bin dem Universum so dankbar, dass es mir eine Liebe beschert hat, die es mir ermöglicht hat, mich endlich selbst zu akzeptieren und, noch wichtiger, wahre Liebe zu genießen. Ich wusste nicht, wie die Reaktionen ausfallen würden, aber ich befand mich an einem Punkt in meinem Leben und in meiner Karriere, an dem zu mir selbst und diesem besonderen Menschen zu stehen, mir mehr als alles andere bedeutet hat. Ich wusste nicht, wie die Reaktionen ausfallen würden, wenn man sich nicht mehr schmerzt hat, mich nicht mehr schmerzt hat, mich nicht mehr schmerzt hat. Ich wusste nicht, wie die Reaktionen ausfallen würden, wenn man sich nicht mehr schmerzt hat, mich nicht mehr schmerzt hat.